Oh, möchtest du hereinkommen? Ja, bitte. Nö. Was geht, Freunde? Da auswählten recht herzlich willkommen. Wir sind schon über und let's rock. Ich bin Peppa Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Kinder-Kinderfahrt. Die Kinder-Kinderfahrt in brennenden Bus. Wer fährt nicht gerne mit dem brennenden Bus mit? Kein Gekischer mehr, bitte. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Ich kotze auch gerne Steine, wenn mir schlecht ist. Der Bus schaukelt so hin und hin. Oh je. Schaukelt so hin und hin. Das macht gar nichts. So. Da muss sobald dein ganzer Körper leer sein. Kein Gekischer mehr, bitte. Da wären wir. Das ist unser Zeltplatz. Jetzt atmet alle die wundervolle Luft ein, Kinder. Es hieß ja nur einatmen. Von ausatmen waren nicht die Räder. Das geht zurück. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kein Gekischer mehr, bitte. Das macht ja gar nichts. Ich brauche noch Holz für unser Holzlad. Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Holzlad. Wundervoll. Oh. Sind das jetzt feuerbändiger hier oder was? Es ist Nacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bitte Nacht, Kinder. Ja, lass das feuerbrennen. Da und Luzi. Ich habe eine Taschenlampe. Nervlich. Ich auch. Die brennt ja gleich direkt. Oh, oh. Jetzt kein Gekischer. Der Woll. Seit 16 Jahren. Der Marcel Labes. Der Marcel Labes. Was war das für ein Geräusch? Das war Marcel Labes. Keine Ahnung. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Die neueste Innovation von 1&1, die sehen Sie hier. Das bin nämlich ich. Damit ich beim Camp Mangs kriege, wenn der so ankommt. Der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Da ist es wieder. Was war das für ein Geräusch? Luzi. Madame Gazelle. Hör. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, möchtest du hereinkommen? Ja, bitte. Nö. Super. Ich hätte auch nicht anders geantwortet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like dabei, wenn ihr nicht getan abonniert. Diesen Sinne verabschiede mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.